Ich lerne Deutsch. Zunehmend. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort zunehmend bedeutet, dass etwas allmählich oder stetig mehr wird oder intensiver wird. Die Bevölkerung in den Städten wächst zunehmend. Die Anzahl der Menschen in den Städten nimmt stetig zu. Sie verspürt zunehmenden Schmerz in ihrem Bein. Der Schmerz in ihrem Bein wird immer stärker. Das Interesse an erneuerbaren Energien ist zunehmend. Das Interesse an erneuerbaren Energien ist zunehmend. Immer mehr Menschen interessieren sich für erneuerbare Energien. Die Wetterbedingungen werden zunehmend schlechter. Die Wetterbedingungen werden zunehmend schlechter. Das Wetter verschlechtert sich allmählich und kontinuierlich. Sie zeigt zunehmend Interesse an der Kunst. Sie zeigt zunehmend Interesse an der Kunst. Ihr Interesse an Kunst nimmt stetig zu. Die Anzahl der Internetnutzer steigt zunehmend. Immer mehr Menschen nutzen das Internet. Ihre Geduld wurde zunehmend auf die Probe gestellt. Ihre Geduld wurde immer mehr herausgefordert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like.